So, wir sind hier am ersten Tag, Sola, Sarn, Graubünden, wie findet ihr es so? Ich finde es cool, es ist schön aus. Und ja, das Wandern war zwar sehr schwierig, aber sonst war es gut. Die Heinreise war eigentlich entspannt, abgesehen vom Wandern. Am Start einfach nur mit dem Zug fahren und dann noch mit dem Postauto. Also, ich finde es ziemlich cool, dass wir mal weg sind, von Wörlust und so. Dass wir nicht ein bisschen frische Luft schnappen und so weiter. Also, ich finde, die Heinreise war eigentlich recht gut. Ausser eigentlich die Wanderung ist ein bisschen ... Keine Meinung, das fand ich nicht so cool. Das Lagerhaus ist eigentlich gut, schön und ja. Also, wie findet ihr das Lagerhaus so im Allgemeinen? Es gibt viele schöne und nicht so schöne Zimmer. Und einfach, von der Grösse sind es unterschiedlich. 21er Zimmer, 18er Zimmer, 8er Zimmer, 10er Zimmer und ich glaube ich 12er Zimmer. Also, ja, wie mir ... Ich finde, die WCs sind zum Beispiel schön rein und alles so perfekt eingerichtet. Und halt auch mit allem. Und einfach, die Räume sind halt ein bisschen eng, finde ich. Ah. Also, wie habt ihr die Einreise gefunden, die strenge, lange Wanderung? Also, ich habe es eigentlich super gefunden. Und ja, es ist cool gewesen eigentlich da oben laufen, aber manchmal auch ein bisschen auch streng gewesen. Also, das Thema vom Sola ist ja eben die Zeitreise. Was haltet ihr vom Thema? Ist spannend? Freut ihr euch? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich glaube, es wird ein spannendes Thema. So wie letztes Mal. Und ja, ich freue mich. Es geht einmal wieder in eine andere Richtung, wie in einen Cowboy oder so. Das finde ich eigentlich cool. Und sonst, wir wissen ja nicht, worum es geht sonst. Also, ich finde es cool, weil hoffentlich wird es genauso gut wie im letzten Lager. Mir hat es sehr gefallen. Und ja, ich kann es jetzt noch nicht bewerten, weil wir haben noch keine Spiele und andere Sachen darüber gemacht. Also, ich finde es Thema eigentlich cool. Ich bin Arthur, ich kann es nicht bewerten. Ich bin Arthur, ich kann es bewerten. Ich bin Arthur, ich kann es bewerten. Ich bin Arthur, ich kann es bewerten. Ich bin Arthur, ich versuche diesen, ich muss beißen, amen Euro zuerst befürchten.